hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge ww mit unserem paladin in das special spezial weihnachtswoche ja weihnachten ist vorbei heute ist der 28 gut im spiel ist es der sechste sechste ihr seht es aber wir nehmen schon die folge auch für die weihnachts special spezial folge und ich würde sagen wir starten gleich würde auch einfach mal sagen wir können uns einfach mal in der dungeon anmelden melden uns einfach mal an und gucken was passiert was hat denn das jetzt gerade so so nehmen wir mal kurz die aufgabe können wir hier schon mal annehmen hier gibt es auch nur eine aufgabe was ist denn jetzt auf einmal los jetzt läuft es wieder flüssig sehr schön so leute und jetzt geht's los was war mag denn das so moment ich mach mal so leute da sind wir wieder es hatte gerade muss so gott mal einen kleinen cut machen ich weiß nicht warum aber ihr seht dass wir sind es wieder instanz gelandet ich habe die einladung schnell angenommen ich hoffe wir sind auch nicht wieder gleich nur das letzte mal waren nee wir sind in einer anderen instanz sehr schön dann können wir auf jeden fall noch mal eine instanz machen haben wir die auch wieder sehr schön so leute dann können wir gleich noch starten kommen wir hier du kommst noch gleich zu papa kommt herr und kleines bisschen leiser machen ich weiß nicht glaube ich dass als beiden ist das mal ein bisschen laut lauter eingestellt ist auch jetzt nicht ganz so schlimm so zack abend die hier gehört mir kommt hier nicht weg der erste ist tot erwarten wir mal kurz warten wir mal kurz der bus geht gerade nach da unten ich bin betäubt das ist nicht schön wenn man betäubt ist so weihe dann lassen wir mal die hammer kreiseln dass sie uns alle gehören noch ein bisschen mitteilen hier zack ist auch besiegt sehr schön kommen stört müssen wir kurz gas geben nicht dass der zurückkommt so kommt er ja er wird alle zu mir 1 dann noch mal kurz raus fällt ein bisschen schaden weg sehr schön und die haben alle an uns gebunden einfach nur runter kloppen wir können uns gleich wieder heilen ach bei denen müssten wir stehen bleiben dann kommt der der bus läuft gerade da land das ist schön dann können wir uns hier durch kämpfen komm herr hier du kommst auch her sehr schön dann können wir eine aufgabe macht also die instanz machen kann man ein paar aufgaben machen weil ihr wisst ja die weihnachtswoche spezial da mache ich wieder mache ich doppelt so lange folgen wenn ich sogar noch ein bisschen länger nur so als einfaches jahresabstoß da können wir mal so ein bisschen längere folgen machen und dann nächstes jahr vielleicht auch mit neuen senderplan ab januar das weiß ich noch nicht ganz genau da mache ich mir immer noch gedanken wo ich bin noch nicht ganz dabei vielleicht weil ich möchte gern die let's plays nicht immer nur eine folge die woche raus bringen sondern zwei weiß aber nicht wie ich die verteilen soll morgens und abends jeweils eine ist auch doof was ich auch machen könnte ist der boss ist noch da kommt ganz schnell ganz schnell ganz schnell ganz schnell zack zack schnell vor der boss runter kommt so bevor der boss runter kommt ich bin vielleicht schon überlegen ob ich wäre es jede woche eine special wochenende mache wo halt dann zwei folgen mehr auskommen oder eine folge oder wir machen themen wochen wo die woche das halt rauskommt und die da auf die woche davon eins mehr da bin ich mir noch überlegen wie ich das genau machen soll so es kommt dann was kommen wir hier kommen wir ein bisschen weg so leicht den boss holen können auch von den anderen wirklich wenn ich noch ein pull gut dann dann nicht dann wohl trotzdem alles zusammen so zack der einst dann noch mal den kleinen so der wird aber groß der wird aber groß und böse sport kommen ja so jetzt ist ja nur noch der boss den können wir schnell runter hauen kommen wir hier so aber leute ist weihnachten ist vorbei heiligabend die ersten zwei feiertage jetzt ist die vorbereitung schon für silvester was habt ihr jetzt bekommen können sie haben mir meine kommentare schreiben falls sie jetzt auch erst die folge guckt nach weihnachten was habt ihr zu weihnachten bekommen habt ihr das bekommen was euch gewünscht habt ich weiß gerade noch nicht was ich bekommen habe aber ich krieg bestimmt was was ich mir gewünscht habe mal gucken frau hört mir dazu ich habe mir eine wettkampf gewünscht dass ich auch vielleicht mal mit facecam spielen kann auch für streams müssen wir mal gucken so und dann gehen wir gleich die nächste gruppe wir wollen ja heute noch was schaffen hier ich dann mal gleich mal wo halt mich doch mal sagt das schön schön aber mittel also hier die akku behalte ich ohne probleme ohne probleme behalte ich die akku so und weiter geht's auf mountain sind sie da kommen sie angelaufen da kommen er du du aber hier mal zack zack und da haben wir so besiegt sehr schön weiter geht's ja ich bin immer noch erkälte weil ich nehme gerade dass die nächste ww folge in folge auf deswegen habe ich immer noch so eine kleine männer grippe hier hört es vielleicht ein bisschen so aber das soll uns nicht stören wir schaffen es trotzdem hochheilen kurz da oben steht dann schon leicht der nächste boss das schießt nämlich denn hier so weg ein zwerg darf man nicht so weg schießen wo sind level 72 sehr schön sehr schön level 72 keine 50 level mehr so bei level 120 eb noch 48 level dann haben wir es geschafft endstufe mal gucken die ep die haben sie auch schon runter gesetzt also wird das glaube ich nicht ganz so lange dauern was wir brauchen um da hoch zu leveln so sehr schön kommt schon die nächsten nicht gesehen moment mal leute tschuldigung so ach bin wieder da so kommt her hier ich habe mal so du bist auch besiegt darauf ist der nächste boss dann holen wir euch drei nochmal schnell zack zack und lassen wir die hammer kreiseln einen Schildschlag haben wir auch rein noch einen Schild können wir auch nochmal werfen und sogar nochmal das droppt echt richtig gut hier unser Schild des rächers so dann wollen wir uns den boss holen kommt ihr noch was angelaufen nein kommen wir hier ja wir haben deine kinder getötet also bestraf uns bestraf uns sie waren aber böse deine kinderchen hoffentlich hast du ihn nix zu weihnachten geschenkt ja wir wissen schon dass du ein bisschen mit auf die kinder gehen sollen ach du zerquetscht mich nicht schaffst du gar nicht aber er sowieso gleich besiegt sehr schön besiegt und weiter geht's wir haben keine zeit jetzt kommen die mobs hier von der seite gleich so 1 dann war mal sehr schön können wir auch dann können wir gleich weiter gucken von wo sie jetzt kommen das ist kein problem für uns hier drei stück der erste schon tot wir heilen uns mal schnell würde das wenn man gestand wird und gleich in die nächste gruppe geführt wird das ist echt ätzend so wie jetzt ich glaube es kommen kann darüber oder wer kommt jetzt du und du und da kommen auch noch mal zwei kommt er hier sehr schön das ging doch relativ gut 1 dann nochmal weg geht es da sind auch gerade welche aufgestiegen also glaube ich der einer der hexenmeister und sein pad so sehr schön weiter geht's aber wir sind sowieso in die richtung geführt worden stehen wir schon gleich beim nächsten bloß und dann ist es gar nicht mehr so viel da konnte er hier so macht sie fertig die elementare macht so fertig erwarten noch was vor weiter geht's so sehr schön ist dann nochmal eins weg aber eigentlich kommen wir relativ schnell durch ich dachte es dauert ein bisschen länger ist okay wir schöne quest dazu zum abgeben so und dann können wir schon den boss angreifen ja dann müssen wir von dem ist noch leute wieder weg laufen dass der mit dem blitzen ja an den sturm trotz nur legen wir mal ein bisschen was auf dem boden nein nochmal wenn ich so viel schaden kriegen ich glaube gleich verwandelt er sich genau von den blitzen müssen wir weg laufen nämlich wo er ist dort ist tot na komm her hier dich besiegen wir jetzt und dann machen wir gar keinen tagen du bist gleich besiegt zack wohnen setzen das gleich direkt drin stehst heilen wir uns mal wer ist tot erlebt schon wieder ich glaube das war der die idee der uhr heilung heilung selber sehr schön er ist da und nicht lange schnacken die axt gegen den gegner in den nacken so oder jetzt zack so papa hat blutgelenkloch weiter kommt zack eins dann und den anderen töten gut können wir nichts dann aber doch erst gestand so hier weiter laufen die laufen da lang kommt er hier drei zwerge tut mir leid dass ihr euch töten muss meine verwandten nicht blutsverwandte aber auch verwandt verwandt sind wir bestimmt schon irgendwie und dahinter kommt gleich wo das war gerade bisschen schlecht so ein bisschen schauen der ein dann können wir es dann können wir nicht sagen okay so dann lassen wir mal die hammer kreis oder so ein bisschen schaden kriegen haben wir uns gleich mal sehr schön und das ging jetzt aber relativ schnell so jetzt gehen wir hier lang da kommen wir hier aber ich nehme mal nochmal sagt das war geplant dass sie jetzt auch kommt du kommst du papa sagt so leute und stehen wir schon fast vom endboss also weit ist es nicht mehr da kommt ja und dann haben wir schon das vorletzte let's play ja gut es kommt noch letztlich schon für dieses jahr abgeschlossen am montag geht es ja noch weiter morgen kommt ja noch mal die letzte die allerletzte ls 19 folie kommt am samstag das war das also ich bin ja schon tot belebt mich das war jetzt gerade doof das war gerade doof greift er mich an die aufgabe abgeben ja das war gerade jetzt doof jetzt habe ich mich gerade auf was anderes konzentriert entschuldigung leute da kommen laufen wir schnell hin tsch 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 ok dann machen wir das so dann lass uns kurz töten geht ja gar nicht ja ich bin noch so doof ach mensch das habe ich gerade gar nicht aufgepasst ich wollte mich ja töten lassen dass er mich wiederbelebt aber es bringt ja nix ich bin ja hier die sind alle hier da muss ich gleich mal glatt schreiben es tut mir leid ach das war jetzt gerade doof moment sorry leute ja tschuldigung tut mir leid das wollte ich nicht ich habe auch gar nicht gesehen dass die hinter mir sind ich wollte mich töten dass das nicht wiederbeleben kann das geht ja gar nicht die leiche liegt ja bei mir da habe ich gar nicht aufgepasst oh mann ja komm da laufen wir jetzt schon dahin kostet uns fünf minuten die hängen wir natürlich hinten dran so wie viel geld gibt ja eigentlich für büller aus also letztes jahr habe ich ja da hat man wieder ein bisschen merkel hat nur noch knapp 100 euro ausgegeben aber dieses jahr wahrscheinlich nicht so viel ausgeben könnt mir aber eine kommentare schreiben was ihr so an büller ausgibt das wärmer das würde ich mal gern sehen erst schon nach oben okay warum laufen die alle schneller nur welchen kleiner zwerg bin mit kurzen beinen das ist echt gemein das ist echt gemein aber hier kommen jetzt nicht noch mal welche wieder oder gut kann man auch nicht anklicken die titanen lauf das müssten durch titan sein hier hintergrund was soll das sonst sein sehen aus wie trolle das könnte ein taure sein weiß man nicht ganz so kommt ich glaube alle schneller die dahinter der einer ist noch hinter uns der hexen meister das heißt das sieht auch wenn ich gut aus grafische ist das sehr schön so leute auf jeden fall hier sind wir lang und da unten so war elendig krepiert da sind also da sehr schön da ist dann mal gleich mal ein schmerz und sicher sicherheitshalber mal was rein was ist denn jetzt los und kriegt ihn ja so mega mäßig schaden von denen ich der eine der sich immer dreht ich habe kein ziel ja komm jetzt habe ich dich sehr schön habe ich dich besiegt und weiter geht es noch ein paar gruppen und was geschaffen haben wir die instanz geschafft sehr schön zack brauchen wir mal ein bisschen akku auf wirklich viel schaden machen und ich muss mal ich will hätte und aufbauen das habe ich immer noch nicht drauf ne aber derzeit ich bin ja auch nicht so wirklich an instanzen und equip form da interessiert mich jetzt nicht ganz so wie ich den schaden aufbaue es läuft alles mit man jäger auch da muss ich echt mal auf und muss ich mal auch holen auch dann irgendwann jetzt wenn ich mit den jäger alle aufgaben habe equip form müssen wir mal ein bisschen muss man sehen weil ich muss zugeben den eltern habe ich noch gar nicht geradet noch nicht einmal was ich traurig ist so die finde ich auch gar die riesen kann man ja dann kann ich dich bestimmt nicht komm her hier komm her heil mich heil mich der falsche der falsche ich habe mich verdrückt was ist denn jetzt hier los nicht sterben oh Mist Seelenstein nutzen ist der Heiler noch da ja sehr schön das soll gerade auch also auf hau drauf hier durch das ist nix das war gerade bisschen doof Entschuldigung so wer sitzt da okay aufstieg und untergang von das ist ganzer spezies und jahrtausende lang war die dummheit der sterblichen die einzige konstante eure anwesenheit hier bestätigt das mein meister hat mir die zukunft gezeigt und für euch ist es für euch die ganze das pantheon wird nicht fallen ich glaube hier muss man sich umdrehen oder weiß ich gar nicht mehr der hatte doch ich mache es kurz eure ignoranz reicht sie seht ihr nicht wohin das führt und da kommt der jetzt aber können wir uns noch hoch heilen sechs prozent ein prozent sehr schön haben wir geschafft dann können wir auch hier gleich noch schnell die aufgabe abgeben da kommen stromboote er sieht auch geil aus so was hast du für ein schönes danke und auf wiedersehen so und dann werden wir noch mal ein paar aufgaben machen das letzte jahr mit dem paladin so so wo waren wir hier genau wir wollten aufgaben erledigen wolfswurzeln und meuterer töten wer sind die meuterer machen wir einfach das euch soll man töten ach hier die orcs ach komm mach ich es dann wieder sind wir so stun orcs ne die sind wir nervig die stun uns wenn wir sie töten wollen zack soll aber kein problem sein zack haben wir so zwei brauchen wir noch sechs komm du her du kommst auch her das ist sehr schön da haben wir schon mal da haben wir schon mal sechs mit den beiden noch 5 5 Entschuldigung gerade ein zu viel gerechnet so noch schnell ein zwei aufgaben machen dass wir das auch schön haben so zack sehr schön so wie brauchen wir noch 3 1 2 du musst auch noch kommen schild schlag schild schlag und lassen wir mal die hammer kreisen einwohns einmal ein kömer wächst dann zweck schild schild schlag haben wir sehr schön was gibt es jetzt nächstes hier noch was ist das denn ok ach so dass das hier 1 von 8 greifen uns bestimmt gleich an dachte ich mir schon dann kommen wir ja wir sehen wir nicht schnell kommen fall um fall um fall um ich brauche ein ziel so aufmountain hier ist nix hier ist nix da ist auch nix da ist auch nix ta 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 wir müssen auch hier lang gucken wir mal kurz auf die karte gucken wir hier vorne mal hier soll auch noch was sein hier ist auch was so dann machen wir noch 5 da ist was greift uns jetzt der wolf an wir laufen auch einfach mal weiter da ist das nächste und da oben sind auch noch welche zwei wir haben bestimmt noch ein drittes dahinter so da haben wir auch wieder zwei aufgaben erledigt das ist schön dann gehen wir die auch gleich mal ab und gucken was als nächstes kommt so abgeben eine fehlt ja noch eine fehlt noch und die ist da nehmen wir die die ist so einsam hier allein am am kleinen berg am filz so silberwasser wir sind in silber was soll das hört sich schön an so komm her ja was brauchen wir denn eigentlich nix das teuerste nehmen wir mitkostet alles gleich ja gedanke man sieht sich so hallo das können wir noch mal mitnehmen was auch wieder fast vor unsere tasche ne was war darin nix gutes so und da geht es die nächste aufgabe gucken wir mal was wir jetzt nächstes erledigen müssen kann ich euch helfen findet unteroffizier knochenknackern ja kommt zu knochen knochenknacker können wir auch noch hinfliegen so wo ist denn der knochenknacker da unten müsste er sein gundrack das ist doch die das doch gundrack müsste das sein da können wir mal verglatten foto von machen wie war das denn so wenn ich jetzt gerade so genau so war das und foto geschossen und zack wieder rauf und dann suchen wir zurück und dann gucken wir mal wo der ist sehr gute du brauchst du unsere hilfe ok dann helfen wir mal schnell komm her der sterbt sterbt brauchst du etwas begibt euch zum nördlichen ende von ok und dann gehen wir wieder zurück da sind wir schon fast level 73 das geht doch relativ schnell das freut mich da oben müssen wir hin ein turm genau so öffnet den häusern und schönen Tag und hier gewissen nein wir waren nicht gewissen wir wurden nicht gewissen was denn los mit dir ok was passiert jetzt flüchtet aus silberwasser ok na gut ab auf die pferde da komme ich komme bei dir mit drauf ich muss selber auch noch halten oder ne reitet selber ach hier jetzt kommen wir die morgen auch noch schneller so haben wir sie noch ein bisschen verlangsamt entschuldigung leute entschuldigung so da kommen und dann kommt noch was kommt kommt bestimmt gleich noch was da kommen sie doch schon so auch einmal schneller kommt ja schon wieder an zack wo kommen die denn alle her werfen wir noch mal dann noch ein bisschen schneller was ist denn los mit denen wo sind die denn so akku auf uns so haben wir durchs wasser noch haben wir es jetzt geschafft haben wir es abgehängt immer noch nicht sehr viel ja aber cd worgen ja du greifst uns auch noch an das ist sehr schön finde ich toll von dir was wollen muss denn hinlaufen mensch das kann auch noch mal schnell laufen aber sind noch mal gestand ist klar es werden ja immer mehr aber wir haben gleich kein leben mehr lauf 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 es gibt doch mal ein pferd bis in die spore dass es mal laufen soll lauf so lauf flüchte aus silberwasser da sind wir auch schon ewig lange weg laufen wir mal gleich sind wir glaube ich da oder nochmal laufen jetzt weg sehr schön das müsste noch gleich da sein da auch da oben sind wir glaube ich da unsere leben wieder hoch ne 38 doch hört sich langsam gehen unsere leben wie auch das ist sehr schön so der kleine ritt der kleine ritt auf dem pferdchen das fährt ist nichts für uns als zwerg wir sind so ja die mit den kurzen beinen auf kurzer distanz leute das ist so nix aber wir können auch noch schnell laufen ganz vergessen so ach hier sind wir wieder hatte unser schönes stück gebracht von da oben kann man also so lange gedauert hat abstand danke für den ritt so leute aber wir haben das geschafft die aufgabe haben uns ganz geschafft wir noch ein paar questen erledigt sind fast level 73 geworden aber wenn ihr sehen wollen wie wir level 73 werden schaltet ein zu einer weiteren let's play folge ww mit unserer paladin im neuen jahr wieder ich weiß nicht wann ich weiß nicht wo ihr werdet erfahren in der kanal info oder bei matriz schreibe ich danke euch fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst mir doch ein abo da oder ein like das würde mich freuen oder kommentare feedback ihr wisst es ich sage auf wiedersehen bis dann und einen schönen rutsch ins neue jahr